Schwerarbeit mit Speerarbeit. Au! Ha, dieser blöde... Out of stamina, nein! Und ich blute und ich bin infiziert und... Mit einem Schlag, volle Kanne. Baumfeld! Herzlich willkommen zurück auf meiner Ferienreise durch das neue Nevis Game von Alpha 21 von Seven Days to Die. Ja, das ist noch mein erster Tag. Wie ja, der Tageszähler auch anzeigt. Und ich habe schon, ja, Durchfall. Durchfall ist im Augenblick gar nicht gut, weil Wasser ist ein sehr, sehr knappes Gut geworden in der Alpha 21. Das heißt, da muss ich wirklich sparen und momentan fließt es mir hinten raus. Das ist nicht so toll. Immerhin habe ich jetzt noch ein bisschen Holz. Und... Die kann ich am besten gleich wieder einpflanzen hier. Dann habe ich sie nicht auf der Tasche. So. Und wenigstens ein bisschen mehr Holz. Ja, ich werde aber trotzdem erst mal ganz auf Nummer sicher gehen. ganz leise sein. Ich kann zur Sicherheit hier nochmal ein bisschen was absperren. Da könnte ein Zombie durchkriechen, wenn er wollte. Na? Ach, da ist das Geländer. Repariere ich gerade mal die Steinachst. Hau das Geländer kaputt. Ich bin momentan ja in der Hocke. Ich schleiche. Und dann haue ich auch leiser. Wenn ich aufstehe, wird die Sache deutlich lauter. Lauter. Ja, ja. Mein Hunger steigt. Ich verliere sowohl Nahrung als auch Wasser in erschreckender Geschwindigkeit. Ein Wasser habe ich ja noch. Und ich habe auch noch Dosen. Ein bisschen kann ich essen. Aber, naja. Was soll ich machen? Ich muss mein letztes Wasser trinken. Und dann esse ich hier noch die Dose Chili. Die Dosen nehmen sich hier übrigens nicht. Ich habe hier noch ein gedostes Hühnchen. Das ist jeweils immer 15 Nahrung und 7 Gesundheit bringt das. Aber auch nicht mehr. So, was ich aber bisher wohl noch nicht gemacht habe. Ich kontrolliere mal gerade. Ich habe meine Punkte verfügbar vier. Ja. Ich habe meine Punkte, die ich ja bekommen habe, nachdem ich alle Tutorial-Aufgaben gelöst habe. Da bekomme ich ja vier Punkte für. Und damit kann ich erst mal starten. Und die Frage ist jetzt bei der Alpha 21. Wie starte ich da am besten? Ja, da ist die erste Lösung, in die Punkte etwas zu investieren, die man aktuell akut erst mal braucht. Gesundheit bräuchte ich. Aber naja. Ich hoffe, das wird lang nach und nach besser hier. Also erst mal in meine Arten, wie ich kämpfe. Ich kämpfe am liebsten mit dem Speer und natürlich mit dem Bogen. Also gehe ich erst mal in meine Fähigkeiten, meine Skills. Nee, Skills brauche ich. Perception. Da gibt es den Speermeister. Da stecke ich erst mal einen Punkt rein. Da habe ich noch drei. So, Lucky Looter lohnt sich noch absolut nicht, weil Lucky Looter nämlich bedeutet, ich bekomme eine 5% Chance, eine 5% bessere Chance, abhängig aber von meinem Loot Stage. Das ist eine Zahl, die berechnet wird aus meinen Fähigkeiten, aus meinen Punkten, die ich bisher gewonnen habe. und aus dem Biom, wo ich mich gerade aufhalte. Und das ist das, ja, das billigste Biom, was das angeht. Die Zahl kann ich übrigens kontrollieren, wenn ich hier auf meinen, oh, da läuft eine Hirschkuh lang, auf meinen Charakter gehe und hier auf die Statistiken klicke. Da habe ich ganz unten Loot Stage 4. Und 5% von 4, das lohnt sich nicht. Okay. Wichtiger ist erst mal Gesundheit, Hunger, Durst. Und da gibt es bei der Fortitude, bei der Beständigkeit, bei der Haltbarkeit, der Gesundheit, erst mal den Healing Factor. Der sorgt dafür, dass ich natürlicherweise immer etwas schneller heile. Und da stecke ich auf jeden Fall einen Punkt rein. Das bedeutet, ich bekomme einen Gesundheitspunkt alle 35 Sekunden. und solche Dinge, wie hier Gesundheitsbuffs sind, das sind ja eigentlich negative Effekte und die verschwinden 20% schneller. Und man sieht hier auch schon, dass der Dünnschiss sich so relativ schnell runterzählt. Jetzt finde ich okay. Dann, ganz wichtig, finde ich jetzt für die Alpha 21 eiserner Magen, Iron Gut. Da stecke ich mal einen Punkt rein. Das bedeutet, es ist noch nicht viel, ich vermindere meinen Bedarf an Wasser und Nahrung um 5%. Hört sich erst mal wenig an, aber jedes Prozent zählt. Glaubt es mir. Daher, da kommt auch ein Punkt. Und ich glaube, den letzten, den stecke ich dann logischerweise hier bei Beweglichkeit, Agility in Bogenschießen, in Archery. Denn auch das werde ich ständig machen müssen. Mittlerweile nur noch 7%, also auch ohne einen speziellen Tee, also der Goldruten-Tee, der heilt eben den Durchfall deutlich schneller. Aber ich habe keinen Goldruten-Tee und ich kann auch keine herstellen. Und daher muss ich das wohl aussitzen, aber ich habe jetzt erst mal eine ganze Nacht, die kann ich hier rum baseln. Ich kann vielleicht noch ein bisschen aufräumen oder so. Und dann habe ich wirklich ein Problem, denn ich muss mir frisches Wasser besorgen. Ich kann auch schmutziges Wasser trinken. Genauso. Und dann habe ich die gleichen Effekte, als ob ich ja eben das vergammelte Sandwich, was ich hier gegessen habe und was mir sofort ja Durchfall beschert hat. das kann mir bei Wasser auch passieren. Nur während das Sandwich immerhin auch wieder 15 Nahrung bietet. Ich bekomme zwar grundsätzlich bei jedem Essen 5% Leben abgezogen. Das ist aber auch schon wieder geheilt, wie man sieht. Ich bin wieder insofern gesund. Beim Wasser ist es genauso. Ich kann jetzt aus Flüssen und Seen trinken. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Aber auch da mit jedem Schluck werden mir 5% Leben abgezogen und ich habe auch die 12% Chance auf Durchfall. und da ich leider nicht das glückliche Bit, das Lucky Bit habe, ziehe ich meistens die Arschkarte. Daher bin ich da sehr vorsichtig und vor allen Dingen eben Dünnschiss, also Durchfall bedeutet, dass ich noch schneller das Wichtigste verliere, was ich habe, nämlich meinen Wasserhaushalt und Nahrung natürlich auch. Aber Nahrung, man findet Dosen, wenn man Glück hat, findet man Dosen Suppen, die ja nun auch ein bisschen Wasser bieten. Aber Wasser ist wirklich ein ganz großes Problem. Okay, ich finde schmutziges Wasser auch hier in Toiletten und ich weiß nicht, ein bisschen schmutziges Wasser habe ich glaube ich schon gefunden. Ich traue mich mal ins Erdgeschoss. Ich bin nirgendwo, doch hier, vier schmutziges Wasser habe ich schon gefunden. Wenn ich das abkochen könnte, wäre gut, aber leider geht es nicht mehr ohne einen Kochtopf. Also wenn ich hier auf Wasser klicke, sagt er mir Cooking Pot Required, ich brauche den Kochtopf. Keine Chance. Das heißt, morgen früh als allererstes ab in die Stadt, Häuser looten und hoffen, dass ich da irgendwo einen Kochtopf finde. Ich habe noch eine andere Aufgabe natürlich, ich muss erstmal den Händler besuchen, der ist aber relativ weit weg, 1,2 Kilometer und beim Händler sieht es mittlerweile so aus, dass die Händler auch Kochtöpfe und Grillrosts verkaufen, allerdings zum unverschämten Preis von 600, also Casino Tokens, ich habe 11. Ich habe hier zwar mittlerweile Messing, Messing ist eine gute Währung, also hier für das Messing würde ich jetzt schon 136 bekommen, ich kann aber eben nur 340 verkaufen, ich muss immer in 10er Blocks verkaufen. Oh, mein Dönschel ist fast weg, immerhin schon mal etwas, aber dadurch habe ich meine Startwasser, die habe ich komplett verloren, da pappt es schon wieder auf, dass ich Durst habe und jetzt habe ich keine Chance mehr, das in irgendeiner Weise zu lösen, es sei denn, ich trinke mein schmutziges Wasser, aber auch das lohnt sich nicht wirklich, denn schmutziges Wasser bringt nur 10 Flüssigkeit wieder, abgekochtes Wasser 20 und noch besser ist, wenn man daraus einen Tee kochen kann, denn Tees bringen 24 und ja, da gibt es noch ein paar Getränke, die noch mehr bringen, Kaffee übrigens auch 24, Bier übrigens gar nichts, Bier ist prima, wenn man sich auf der Straße prügeln will mit Zombies, ist Bier eine tolle Sache, oh, der ist offen, das heißt, den kann ich noch nicht mal knacken, Schrale, sonst hätte ich heute Nacht was zu tun gehabt, naja, ich werde mich hier erstmal ruhig verhalten, ich glaube auch die Fackel wegstecken, es ist relativ hell hier, naja, ich habe ja eine Lampe, zwei Lampen, das ist immerhin schon mal schön, aber, 19, 20, 21, hier bin ich relativ sichtbar, ich stelle mich mal in eine etwas dunklere Ecke, 1, wunderbar, also, falls hier Zombies ums Haus schleichen, die werden mich wohl kaum mitkriegen und ich kann nur jetzt hoffen, dass mein Wasserverlust, wenn ich mich möglichst wenig bewege, die Nacht über sich nicht stark steigert, zumal jetzt mein Durchfall Gott sei Dank abgeheilt ist, okay, ich versuche hier, mich in die Ecke zu quetschen und wenigstens so ein bisschen die Augen zuzumachen, wir sehen uns am Morgen, bis gleich. So, gleich bricht der neue Tag an, mein Wasser bedarf, ja, ist wenig gesackt, komischerweise habe ich noch keine Hungermeldung, Nachts trippelt hier zwar ein Zombie ums Haus, ich habe ihn, ich habe nur die Schritte gehört, aber er hat sich ganz ruhig verhalten, ich natürlich auch und, äh, ja, jetzt geht's los, ich brauche einen Kochtopf, mal gucken, ob der Zombie noch da ist, erstmal ein Speer in der Hand, sicher, sicher, da ist er, der Bursche, ja, meine Stamina ist sowieso reduziert, die war schon ziemlich down, also sie war schon reduziert, dadurch, dass ich Wasser verloren habe, jetzt dadurch, dass ich auch noch Hunger habe, ist sie noch mehr reduziert, ich werde auf jeden Fall erstmal das Hühnchen jetzt essen, dass zumindest das weg geht, aber ihr seht schon, der Balken, der steigt zwar wieder, aber ich glaube, naja, immerhin 7% von meiner maximalen Ausdauer ist erstmal perdu, nur weil ich eben Durst habe. Oh, hier ist aber richtig gut was drin, Eisen nehmen wir gerne, das nehmen wir auch gerne, das kann ich ja verkaufen, Plastik wird hinterher noch sehr wichtig und ein Magazin, Furious Fists, das heißt, damit würden meine Fähigkeiten, Schlagringe zu bauen, verbessert. Das lese ich natürlich, da gibt es eine ganze Menge zu lesen, ein paar Punkte gibt es auch noch, das scheint ein zu sein. Ich weiß, das sind Punkte, aber ich bin nicht in bester Verfassung und ich muss erstmal mich um meine Lebensmittel kümmern. Aloe Vera-Samen, schon mal nicht schlecht. Darüber können wir reden. So, hier haben wir die Farm, die kennen wir ja, das, hier ist die große Scheune, aber die Farm, die sieht wesentlich größer aus. Da gibt es noch eine zweite Scheune, da ist das Haupthaus, also die haben sie wirklich sehr schick gemacht. Da hat sich einiges geändert. Oh, ein See. Tja, ich werde es mal wagen, um Wasser zu trinken, muss ich einfach nur ins Wasser gehen, nichts in den Händen haben und ein bisschen warten und aufs Wasser gucken und dann steht dann irgendwann Drücke, normalerweise ist es eh, um zu trinken und ich versuche es mal. Ich bekomme sofort 5% abgezogen von meiner Gesundheit. Ich wage es nochmal. Zwei Schlucke, das wären jetzt ungefähr 20 Wasser, die ich getrunken habe. 10 Leben abgezogen von 100, das ist schon nicht schlecht, aber ich habe ja einen Punkt in Gesundheit gesteckt beziehungsweise ich vergesse es immer in den Heilfaktor, Healing Factor und damit hoffe ich, dass ich da ein bisschen schneller heile. Zumindest ist meine Durststrafe jetzt weg. Na komm, ein Zombie kommen wir, ich glaube wir werden gleich noch mit mehreren zu tun haben. Ich weiß nicht, ob ich mich hier ins Haupthaus trauen soll, die haben ja auch eine Küche. Die Chance, dass ich da einen Kochtopf finde, also in Küchen ist die Chance immer am höchsten, aber ich werde mir jetzt erstmal irgendwelche Orte suchen, die möglichst gefahrlos sind. Ich bin klein und schwach, das dürft ihr nicht vergessen. Hier zum Beispiel. Ich meine, auch dieses abgebrannte Haus hat irgendwo eine Küche. Ich sehe schon einen Ofen. Hier kann ich noch nicht mal hoch sprengen müssen. Das ist so schwach. Out of Stamina, ja. Das ist jetzt echt ein Problem. Naja, gehen wir hier durch. Geht auch. Oh, ein Safe. Ja, das kostet zu viel Energie. Ich loote erstmal ein bisschen. Running Shoes. Die sind aber schlechter als die, ich glaube, ich habe Cowboys Shoes, oder was habe ich an? Moment. Oh, Gothic Boots sogar. Okay, die schützen natürlich besser, aber ich versuche es jetzt mal mit der Küche, weil ich Glück habe. Cola. Auch nicht unwichtig, Gammelfleisch im Kühlschrank. Einmal Maismehl. Oh, hier aber. Football. Hühnersuppe, perfekt. Sogar gleich zwei, das ist nett. Und eine Mütze. Habe ich schon was auf dem Kopf? Ja, was Besseres. Eine Rüstung schon. Und hier haben wir wieder zwei Old Champs Sandwiches. Ich nehme sie erst mal mit, aber sie sind wirklich nur für Notfall. Okay, die Mütze nehme ich auch nicht mit. Ich will mich nicht überladen, weil ich brauche einen Kochtopf. Ich muss mich, ich muss Prioritäten setzen. Der Kochtopf ist der wichtigste. Okay, hier habe ich schon mal kein Glück gehabt. Ach, halt, Moment, Moment, Moment. Es gab doch da oben die Frage ist, wie komme ich da hoch? Kann ich hier, oh. Ich glaube, der Bursche lebt hier noch. Oh ja. Und der auch. Jetzt habe ich gleich zwei am Hals. Dann muss ich zusehen, dass ich erst einen und der andere ist, ja, ein bisschen träge. Oh, kein Stamina. Luft holen. Ihn aufstehen lassen. So, jetzt habe ich wieder Stamina. Ja, komm, runter, dann kann ich auch sein Kopf treffen. Äh, daneben sollte ich natürlich mich hauen. So. Und danke für den Pfeil. Hier gibt's Wasser, schmutziges, aber mehr Beige. Okay, ich versuche es nochmal da hochzukommen. Ja, eine Wasserflasche. Ein schmutziges Wasser. Wenn ich's abkochen kann. Und nochmal ein Pile of Food. Und hier haben wir auch ein Magazin, ein Kochmagazin. Sehr gut. Homecooking Weekly. Das ist das, was ich lesen will. so. Ich kann gegrilltes Fleisch, wenn ich einen Grill habe, und roten Tee. Oh, noch einen. Es waren sogar zwei. Und es gibt noch ein Döschen. Okay. Also ganz so schlimm sieht's bei mir jetzt im Augenblick gar nicht aus. Aber trotzdem ohne Kochtopf wird das hier nix. Ja, ich hab schon wieder Hunger. Das geht schnell. Hühnersuppe. Komm. Reicht die? Die sollte reichen. Ja. Liegen bleiben. Oh, das Stamina. Ja. Das Gebäude kenne ich auch noch. Da geht's hier unten über die Garage rein. Da waren natürlich einige Zombies. Aber ich meine unten in der Garage war auch schon so eine kleine Kochnische. Also immerhin eine gewisse Chance. Lehm im Augenblick noch nicht nötig. Pfeile habe ich Federn. Ich habe gar keine Federn. Oh, da muss ich wirklich mit meinen Pfeilen sparsam umgehen. Ich werde mich so leise wie möglich verhalten. Das heißt also auch alles an Müll hier auf dem Boden weghauen. Da liegt jemand. Da werde ich nicht durchschießen können. Ich versuche es mal, aber klappt sogar. Ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, dass die Fun Pimps die Hitboxen angepasst haben. Das heißt also die Chance, dass ich dann wirklich einen Zombie auch treffe, wenn ich ihn treffen will. Das ist deutlich verbessert worden und das war hier eben ein ganz gutes Beispiel dafür. Ob ich hier einen Kochtopf finde? Einen Versuch kann ich aber wagen. So komischerweise das weghauen das macht keinen Krach zumindest nicht für die Zombies und wenn ich brav die Fallchen wieder kriege da ist keiner das Fallchen kriege ich leider nicht wieder auch nett auch nett da ist glaube ich auch noch was drin alter Müll aber gar nicht gar nicht so schlecht so und ich befürchte hier werden mehr Zombies sein aber hier sieht man schon den alten kühlschrank das heißt hier hätte ich eventuell eine chance es könnte sein dass hinter dem kühlschrank einer steht schwer reparieren ganz schnell da steht einer ja hier hier hat es noch nicht so funktioniert ganz um die ecke schießen das klappt nicht so ganz das wird schwer arbeit schwer arbeit schwer arbeit mit späer arbeit dieser blöde und ich blute und ich bin infiziert und mit einem schlag volle kanne toll und beide leben noch frecher einer weniger zwei weniger antibiotika brauche ich na toll ich steige hier auch wirklich voll ein immerhin ich habe hier tiefe wunden die kann ich schnell nähen zack und jetzt habe ich nur noch das große problem mit der infektion so kann ich wenn ich jetzt wenigstens einen kochtopf finde magazine okay get hammered kann ich vorschlag hammer bauen und hier haben wir noch mal furious fist das habe ich schon mal gelesen und ich kann jetzt knuckle wraps quality 2 das sind aber leder das war schon mal gut wenn ich einen kochtopf finde hier knochen ist mal das glas weg drei schränke haben wir noch wenn ich schon kochen könnte da wäre kaffee gewesen kaffee kann ich noch nicht da wird kein kochtopf drin sein ein t-shirt na ich glaube da habe ich was besseres ich glaube da oben war noch ein rucksack ja der ist auch noch da und ah vitamine nicht schlecht vitamine haben ja immerhin einen effekt dass sie also einmal fatigue also ermüdung heilen können und dass ich gegen krankheiten resistent bin für eine gewisse zeit das heißt ich könnte trinken schmutziges wasser trinken oder gammeliges brot essen ich kriege dann zwar immer noch meine fünf leben abgezogen momentan habe ich mehr als fünf leben verloren ja und jetzt habe ich schon wieder Hunger erstmal Hühnersuppe billiges holz da gibt es viel holz wenn ich das hier kaputt schlage und es ist schnell kaputt geschlagen ist der vorteil so kann ich mein holz vorrat wenigstens ein bisschen erhöhen so einmal die axt reparieren da ist ein kühlschrank ein koch keine zombies ich werde mal leise looten nein wieder zwei sham sandwiches ach ja das habe ich auf der farm genug ich brauche einen kochtopf kaffee ich komme wieder nix es lohnt sich auch immer mal auf den kühlschrank zu gucken oder auf die schränke manchmal steht da nämlich einfach ein kochtopf das sieht hier nicht sehr nach kochtopf aus ok mein hauptziel sind wirklich die küchen da ist ein zombie autos könnte natürlich eine gute chance sein aber nur für eisen und elektrische teile wie gesagt ich will mich noch nicht so verweis vollpacken aber briefkästen die untersuche ich auf jeden fall ja ranger's guide to archery wunderbar gut für den bogenschützen also ein schuss in die beine verlangsamt mein gegner resen ok nicht zufällig irgendwo eine chance auf honig denn 1,1% bis 5% kann ich die infektion mit honig heilen aber ab da wird schwierig da brauche ich entweder mehr honig da ist da ist einer ja federn brauche ich auch ich nehme mal wieder den trick ich gucke kurz rein bekomme drei federn durchs kaputt machen die drei federn die drin sind und habe mal gerade eben die federausbeute verdoppelt cool honig kein honig ja da ist aber noch einer ich nutze das sofort aus ich habe wenig feile so stein feile jede feder wird sofort erstmal in feile umgesetzt nächste chance bitte ich muss auch mal glück haben ein bisschen glück wie gesagt das lucky bit das fehlt mir da so ein bisschen mist der hat mich erschreckt deswegen konnte ich nicht in aller ruhe das nest kaputt hauen böse zombie böse zombie böse zombie so ja zombies geben leider keinen honig und hier könnte ich eventuell auch noch mal schnell in die küche gucken das haus ist relativ zerstört verkabeln leicht gemacht okay wir lernen alles ich habe schon wieder das geht das geht ruckzuck schwierig ich erst mal die thunfisch dose bis ich thunfisch sandwich machen kann das wird wohl eine weile dauern ich glaube das ist auch die infektion die sorgt auch dafür da ist noch kein zombie dran man kann übrigens schränke jetzt aufmachen und hier diese klapptüren wunderbar kein kochtopf nägel gut gut ja bullet casings kriege ich leider moment wenn ich die einfach scrappe wie viel kriege ich dann 93 also die bullet casings die haben nur vier geld gebracht und ich denke mal wenn ich das zerlege werde ich wesentlich mehr rausbekommen das war schon nix hier steht auch nichts das auto kann ich auch nicht durchsuchen da war ja eine vergammeltes fleisch drin ist ja survival ist nichts für anfänger gut dass ich mich hier so ein bisschen auskenne dreierbogen und häschen und nochmal grass wie viel kriege ich da kriege ich jetzt schon 470 für also wenn ich hier ich glaube dass die 25 shotgun shells oder die shells die eben verkraftet habe die haben 93 messing gegeben machen wir mal so das ist ungefähr die hälfte und die hälfte bringt schon 16 und ich hätte eben 4 bekommen und ich bekomme jetzt 32 und wenn ich das hier staple ist da schon wieder richtig geld das kann doch nicht sein ich habe doch gerade eine dose gegessen also das ist jetzt schon krass das ist irre wie viel muss ich denn essen ok jetzt kommt der große Trick ich nehme die Vitamine ich bin wieder ein bisschen geheilt und futter jetzt Old Sham Sandwich so und nochmal da verliere ich natürlich wieder Gesundheit das heißt ich muss noch mehr aufpassen als ohnehin schon aber der Magen füllt sich so ein bisschen Stahlspeer Teile 40 die kann ich auch gut verkaufen die Federn kann ich wieder umsetzen sofort Steinteile Zang weg Moment ich bin mir nicht sicher aber hier muss ich auch durch den Keller rein da komme ich relativ schnell durch den Keller so ein Zombie weniger und vielleicht war im Keller auch schon was ist eine junge Zombine die lauert da läuft jetzt läuft es aber richtig so 2,4 also die halbe Miete habe ich schon rum ob ich hier natürlich Honig finde der Pfeil ist auch weg viele Probleme zu lösen viele Probleme wieso seid ihr denn schon wach Leute nehme ich mal so nicht daneben jetzt out of stamina ja und gleich habe ich wieder Hunger wow der war sauer der wollte rennen so Ruhe im Karton hoffentlich gibt es einen Kochtopf auf die Regale gucken Plastik Plastik nehmen wir immer und jetzt habe ich Durst und ja das Milky Water würde ich ungerne das schmack mal weg da geht es weiter gibt es hier irgendwas zu looten vielleicht ist irgendwo ein Kochtopf versteckt oder so da geht es glaube ich schon hoch in die Küche ich könnte mich natürlich hier durch arbeiten was haben die denn hier alles eine Kiste schade dass hier kein Kochtopf drin ist aber das scheint auch runter gebrannt zu sein das Feuer noch mal Sham Sandwiches noch kann ich sie essen aber ich brauche jetzt auch dringend was zu trinken noch ein Sham Sandwich also die findet man wirklich reichlich ich mache mal einiges erstmal hier der Dreier Bogen den zerlege ich mal so gucken dass hier auch wieder Pfeile drauf gelegt werden danke Knochen ich bin gerade am überlegen ich könnte eventuell die Tür kaputt hauen von der weiß ich dass sie eigentlich direkt in die Küche geht da müsste ich erst das kann ich mir noch erlauben glaube ich hier werden zwar ein oder zwei Zombies auf mich warten aber wenn ich Glück habe kriege ich die allein hier war mal eine Treppe jetzt sieht das so aus da ist schon mal kein Zombie das ist hoffentlich eine Leiche und kein Bow das ist eine Leiche hier könnte ich noch Holz abgreifen damit ich leise bleibe der ist noch wieder wach geworden hier ist ich kriege den Pfeil wieder und da ist auch noch ein Mo Zombie Mo draußen ist auch was unterwegs so dass ich wissen seinen Kopf und das war es einfache Stein Pfeile Killer so das nehmen wir natürlich auch mit da gibt es noch Schuhe hier wäre ich nämlich raus gekommen schöne Schuhe die sind für die Wüste besser ich lasse erstmal hier ich will nicht zu viel mitschleppen ich bin hier schon wieder relativ lockt was ist denn dahinter das kenne ich gar nicht da ist die Küche ein Kochtopf seht ihr es da steht ein Kochtopf aber mit Sicherheit von einem Zombie bewacht kein Zombie ich will den Kochtopf Pickup Cooking Pot so immerhin schon mal etwas und Home Cooking Weekly lesen wir auch Bold Meat und Yooker Juice Yooker Juice Na toll ausgerechnet ein Steve ein schneller Steve ok er hat sich hingelegt er soll auch liegen bleiben dosen sub oh eingedoste Birnen die sind natürlich auch gut die löschen auch Wasser äh Wasser wollte ich schon sagen die löschen den Durst Juice das waren sogar zwei Juice das lassen wir erstmal drin falls hier irgendwo Honig stehen sollte aber ich glaube das wäre wirklich unverschämtes glück wenn ich hier Honig finde Bücher und noch ein Maul aber der schläft noch ganz am Rand des Kopfes nicht noch jemand ich will nur die Bücher lesen Handy Land Improves Crafting Tool Crafting Skill das ist sehr gut und nochmal verkabeln das ist glaube ich momentan noch nicht so wichtig noch ein Buch jawoll Lucky Looter find more food in loot ja das lernen wir auch das ist ein Mod das Werkzeuge länger haltbar die ist auch relativ schnell da war aber eine schöne Verzögerung drin meine Madame nein gib mir die Pfeile wieder ach so ja raus hier so geht's am einfachsten oh ein Lockpick ein Dietrich nehmen wir natürlich auch mit so ein Problem ist gelöst ich hab einen Kochtopf ich will jetzt so schnell wie möglich nach Hause und unterwegs 4,1% oh man also die Infektion steigt rapide aber Briefkästen kann ich ja trotzdem mal kurz kontrollieren Get Hammer hier was drin Honig Repair Kit und noch einmal Aloe Vera Samen der stapelt wenigstens ganz gut und das Repair Kit kann ich gleich gut gebrauchen weil ich hab hier einen ziemlich zermatschten Fußballhelm der schützt ganz gut aber der ist nicht mehr in bestem Zustand den repariere ich mal und setzen automatisch gleich wieder auf Burning Shaft Mod cool Steinsperre reparieren Steinsperre modifizieren Burning Shaft Mod drauf das ist cool ganz cool wäre es natürlich wenn ich Arm und ab ah Rüstungsskills die werden hier verbessert und noch äh eine Modifikation für eine Feuerwaffe das ist noch ein Briefkasten also die Briefkästen unbedingt untersuchen Speerjäger nochmal Speer äh Speere äh gehen 20% äh langsamer kaputt so juss perfekt ja aber 4,5% Infektion die auch ganz böse dafür sorgt dass ich Durst habe ne halt da geht's wieder zur Farm ich will natürlich jetzt sofort nach Hause und Wasser abpuchen warum stehen hier nirgendwo Baumstümpfe ach Mo Mo ich hab jetzt echt keine Zeit ich bin schon ziemlich infiziert und 4,7 ab 5% brauche ich 2 Honig dann wird schwer in meinen Federn und ich hab Durst ja ich arbeite dran ich bin doch schon unterwegs denn jetzt kann ich Wasser sauberes Wasser kochen die Pillen halten natürlich noch aber ich Moment wenn die Pillen halten könnte ich vielleicht schnell hier irgendwo noch Wasser trinken das kostet mich zwar drauf gucken ein bisschen warten so dann kommt nämlich die Anzeige so einen kann ich mir nochmal erlauben also da ist die Vitamine wirklich gut und ich sehe meine letzte Chance ja toll hau schneller Genosse es ist unfair ich fackel dich ab Junge 5% toll schnell Honig Honig kein Honig ok damit habe ich ein neues Problem Wasserproblem ist gelöst so jetzt will ich aber gucken wenn ich noch ein paar Federn mehr raushole eine Feder und ich kann mir zumindest wieder einige Pfeile machen so ich glaube ich sammle wenn ich schon mal dabei bin ich kann ja schon roten Tee machen daher sammle ich mal gleich ein paar Chrysanthemen roten Wort nehmen wir auch immer und dann ab und dann ab nach Hause ans kochen ans kochen ganz schnell mitnehmen 5,2 naja ok jetzt muss ich versuchen bis 10 immerhin 2 2 Honig zu kriegen und naja das wird natürlich immer schwerer das hatte ich ja das habe ich mit Sicherheit ja und meine stamina die wird immer schlechter so jetzt kommt das erste schöne ich packe den Kochtopf rein und bumm da hängt er über dem Feuer und ich habe auch gleich ein bisschen Kochgeschirr dabei super gemacht so das kochen das dauert natürlich relativ lange 2,7,2 nein ach irgendwo hatte ich da noch mehr Wasser hier so wenn schon denn schon Wasser 7 dort 5 Minuten oder fast 6 Minuten kochen ah ein paar Chrysanthemen habe ich schon gesammelt das brauchen wir auch die Eier packe ich rein die kann ich bei Bedarf auch noch äh direkt roh essen es bringt nicht viel aber es schadet auch nicht und jetzt ja geht wieder die Honigsuche los ich hatte ja gestern schon hier ein paar Baumstümpfe kaputt gehauen aber absolut kein Honigglück gehabt na erstmal repariere ich dich hier mein Freund so Baumstümpfe da ist ja kein Honig drin ach die Hoffnung stirbt zuletzt hm der kam aus dem Gras der ist feuerfest und lebt immer noch jetzt Baumstümpfe ja Vogelnester auch immer wichtig zwei drei aber wie gesagt Baumstümpfe ist jetzt absolut notwendig und zwar ich brauche wirklich richtig Glück da ist das nur Müll diese alten Sham Sandwiches die liegen überall rum alle angebissen keiner mochte sie da ist nur ein Zombie hier fängt schon das Schneebiom an da sieht man zumindest Baumstümpfe besser aber nee das wage ich mal lieber nicht ich finde noch nicht mal Baumstümpfe ja ich weiß Nester zwei extra Federn okay man irgendwo muss doch mal ein Baumstumpf rumstehen ich habe hier echt eine schlechte Ecke erwischt sechs Prozent hier ist die Funkstation die kenne ich auch die sieht auch noch so aus wie ich es kannte aber da rechne ich auch nicht unbedingt mit Honig eher mit Zombies hier sind viele Zombies wenn mal auch viele Baumstümpfe hier wären ich sehe keine Baumstümpfe oh man das ist nicht gut das ist gar nicht gut und vor allen Dingen diese Infektion sorgt dafür dass meine Starmänner immer Schleppern hat der hat es natürlich sofort mitgekriegt na hier wird es auch keinen Honig drin geben aber Literatur ich nehme es erstmal alles mit jetzt muss ich mich erstmal hier um den und ich bin endkamp ja der brennt wenigstens Zung Ruhe im Karton jetzt muss ich schnell mal was weglesen schon wieder verkabeln Tech Junkie das gibt es doch nicht jetzt habe ich die zerlegt ich wollte die lesen Use oh man ja Scrap Use das wechselt hier leider auch immer wieder so das habe ich wie es ist gelesen aber verkabeln war jetzt auch noch nicht so wichtig jetzt habe ich stattdessen Papier auf der Hand Shotgun Parts die nehme ich viel lieber Plastik und Zombies auch von draußen ne da kommt auch noch einer okay Leute der ist dringender den Rest machen wir mit dem Speer einmal Stamina bleibt bei mir ah der hat einen Helm der Helm schützt ihn tatsächlich etwas naja da werde ich wohl auch kein Honig dran finden Zombie kein Zombie schmutziges Wasser äh von wo ach dahinter der hat ein Nickerchen gemacht sollst arbeiten ich lasse ihn erstmal ein bisschen brennen 6,8% du hast nicht zufällig Honig hier ne vielleicht doch ne nur wirklich nicht okay das hat ja glaube ich keinen Zweck ich muss weiter Nachbarnstumpf suchen oh Trash ich finde hier wirklich schöne Sachen so ist es nicht damit ich nicht so schnell entkommt bin 8 Federn 7% ich brauche 2 Honig das gibt es doch nicht dass ich überhaupt nicht einen Baumstumpf finde und ich habe schon wieder Hunger super super oh Trasham Sandwich jetzt spiele ich natürlich schon wieder mit meiner Rente Hughes weil die Vitamine die haben lange aufgehört zu wirken aber das hat noch mal also das einzige was hier rum fleucht sind Zombies naja was erwarte ich in einer Zombie Apokalypse natürlich nur Zombies Kuppel und ohne Honig brauchst du gar nicht zu kommen noch nicht mal Rucksäcke lassen die fallen Geizhälse wow okay Nester gibt es hier genug ich ich zerfuck das jetzt mal nicht ich brauche meine Kraft für Baumstümpfe oh sonst freue ich mich über Nester aber ja das brauche ich mir wirklich nicht weg okay hier bin ich am Fluss das kann doch wohl nicht wahr sein dass hier nirgendwo Baumstümpfe stehen oh man 19 Uhr oh automatisch wiederentzündendes äh ein automatisch wieder selbstentzündendes Speer der brauche ich auch nicht nach Baumstümpfe so das ist hier zu äh ja bergig irgendwo müssen auch muss doch noch so ein blöder Baumstumpf stehen Hühner ja ich hab Hunger so ist es nicht und Federn brauche ich auch na komm her ja Out of Stamina klar was liegt hier denn im Baum steht hier und das Huhn ist weg das einzige was ich finde sind Eier naja und immerhin Federn es muss doch irgendwo Baumstümpfe hier geben 10 Federn Zombies ein Umblick ich muss nur mal kurz looten danke das kann ich dich anzünden na steh auf so danke weg ähm Scrapboots ja wenn die schon Scrapboots heißen es wäre zwar auch wieder Geld aber ich kann mich nicht weiter belasten ich brauche Baumstümpfe wie weit bin ich jetzt gelaufen ohne auch nur einen einzigen Baumstümpf gefunden zu haben aber Zombies ohne Ende ja das läuft nicht gut hier definitiv nicht ok Leute ich verabschiede mich hier schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich versuche hier verzweifelt noch ein bisschen Baumstümpfe zu suchen sonst werde ich morgen zusehen dass ich zum Händler komme und hoffe dass ich so viel Geld mit habe dass ich mir ein Antibiotikum kaufen kann und ich hoffe auch dass er überhaupt eins in der ja toll das ist das ist nämlich die Infektion man verliert die Stamina so schnell ah toll jawohl immerhin etwas dass ich so ein bisschen was zu essen habe ich hab noch kein Messer Mist ah toll es läuft ok was soll's da muss ich durch wenn ich wenn ich so einmal ein bisschen was zum braten habe ja ich muss sowieso nach Hause gleich wird es wieder dunkel die Infektion steigt und steigt ich werde kaum was machen können und ja drückt mir die Daumen dass ich das dann auch noch irgendwie hinkriege ihr werdet es auf jeden Fall sehen in der nächsten Folge macht's gut tschüss lass ich ähn w die Bis zum nächsten Mal.